Musik Das Konzept grundsätzlich von diesem Raum ist, dass es neue Europa, also inbegriffen Osteuropa und politische Kunst. Und die Ausstellung heißt Boundary Signal oder Grenzsignal. Musik Für mich war es sehr, sehr wichtig, eben auch diese unterschiedlichen Interpretationen in einem dichten Raum zu haben und genau dort auch diese Grenzidee weiterzuentwickeln, wo man sieht, so zu sagen, aha, von da bis dahin gibt es ganz andere Annäherungen, wo auch gewisse Grenzbereiche entstehen oder Grenzsignale entstehen. Wir sind ein Ex-Urban-Kollektiv und wir produzieren die letzten 9 Jahre, collectively. Und wir haben eine Aufgabe zwischen uns, und wir sagen, dass jeder die Welt, die Welt, die Erde und die Wasser, um sich selbst herauszufinden. In der Türkei sagen wir etwas wie das, wie die Welt, die Welt, die Welt wird, die Welt. Das bedeutet, dass alles zusammengezogen ist. Das ist die Zeit der Katastrophe. So, dieses Projekt ist ein sehr schlusses Projekt, eigentlich. Das ist die Zeit der Katastrophe.